Kann die Ampel das Migrationsproblem lösen? Nein, sagen die Deutschen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov im Auftrag von Welt am Sonntag glauben mehr als zwei Drittel der Bürger, dass die Ampel das Migrationschaos nicht in den Griff bekommt. Nur 23 Prozent der Befragten vertrauen Olaf Scholz und seiner Regierung. Besonders interessant, gerade unter grünen Wählern ist die Skepsis gestiegen. Am stärksten jedoch bei FDP-Wählern. 84 Prozent der Anhänger der Liberalen glauben nicht an eine Lösung des Migrationsproblems. Untertitelung des ZDF, 2020